Darf man in einer Bank ein Konto öffnen und mit welchen Medienungen? Normalerweise alle Banken sind haram. Es gibt auch weder islamische Banken noch jüdische Banken oder christliche Banken. Banken sind Banken, die haben keine Religion Banken. Religion von Banken heißt nur Profit, Geld. Ja, das ist die Sache. Das ist Barakallahu Fikr. Normalerweise dürfen wir nicht, aber wir sind gezwungen hier, ein Konto zu haben. Weil die Sache so ist. Du kannst nicht. Übrigens, der Prophet s.a.w. sagte, wer nicht Riba macht, der wird von Riba etwas spüren bekommen. Und das ist die Sache, was wir haben. Deshalb hier notwendigerweise, oder weil wir das zwangsmäßig brauchen, dann kannst du ein Konto machen, aber nicht übertreiben. Allah ta'ala, Allah ta'ala.